Ich habe einen Gasbackofen von Omnia zu Weihnachten bekommen. Jetzt testen wir das mal aus, ob das auch so gut funktioniert, wie alle immer davon sprechen und ich freue mich schon. Wir wollten das Ganze mit Ofengemüse testen, also haben wir fleißig Gemüse geschnippelt, das dann noch etwas verfeinert mit Gewürzen und dann ab in die Form gegeben. Das Ganze haben wir dann einfach mal auf den Gasherd gestellt und es ungefähr eine Stunde lang kochen bzw. backen lassen und das Endergebnis war super lecker. Folgen wir, um nichts mehr zu verpassen.